und das war unser gewinn trade war unser gewinn trade erste trade ist und meine damen und herren das geräusch kennt ihr trade ist in den gewinn gelaufen im dritten anlauf ja und somit gibt es bot ist denn heute schon weihnachten also eine riesen kerze hier werden einige gegrillt und meine damen und herren der trade ist in den gewinn gelaufen in den gewinn gemacht und ihr kennt das geräusch eröffnung straight 30 punkte erreicht und somit schließe ich das buch dann der eröffnung straight ist in den gewinn gelaufen 12 ist den zweiten dann auch hierzu den eröffnungs trade wir haben den vola box trade in den gewinn gebracht und das ist der eröffnungs trade mit einem kleinen gewinn geschlossen haben im ersten der trade wird geschlossen hier den anderen haben wir hier laufen noch 0,06 und meine damen und herren live gehört das geräusch der trade ist in den gewinn gelaufen und wir sind direkt in einer schulung und sehen hier für alle teilnehmer auch trade nummer eins war hier ich gebe mal rüber und die 50er zone weil ich heute auch nicht so lange hier im büro bleibe und dann schließe ich das das war der eröffnungs trade und erste trade ist in den gewinn gelaufen und mtx nach wie vor 100 prozent trefferquote bei dieser strafe raus auch hier raus eröffnung straight und jetzt bleibt noch mtx aber für unser video tagebuch der trade ist erfolgreich geschlossen worden ist erfolgreich geschlossen worden ich hole bei uns oder ein punkt durch und und meine damen und herren das war der eröffnung straight und die reise mit mtx geht weiter 100 und bin ich aufgepasst mtx trade in den gewinn gelaufen im zweiten anlauf bei mir und und der eröffnung straight läuft auch in unsere richtung 21 und los geht und das war der eröffnung straight 30 punkte mit erhöhtem risiko 0,76 also doppeltes ziel ja plus den tagestrade sind wir 0,3 prozent ja kann man also zufrieden sein ich verabschiede mich bei dem video tagebuch und 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 im und im in und faire und und Bis zum nächsten Mal.